Mein Name ist Evelyn, ich komme aus Schaffhausen aus der Schweiz und ich spiele die Priscilla, das ist die Verlobte von Tom. Ich denke ehrlich gesagt nicht allzu viel, aber ich finde es cool, den Charakter zu spielen, weil man so richtig zickig sein kann und es macht mir Spaß, deshalb alles was ich an Zickigkeit habe, in mir lasse ich jetzt raus in dieser Runde. Ich würde sehr gerne mal nach Australien fliegen, weil ich noch nie da war und ich von so vielen Leuten gehört habe, dass es super schön sein soll und es würde mich einfach interessieren. Ich bin schon viel rumgekommen, aber in Australien war ich noch nie. Ich denke, weil man auf der Bühne sehen wird, was wir für eine tolle Gruppe sind, wie viel Spaß wir dabei haben bei den Probetagen, es ist einfach jeder Tag super, die Stimmung ist toll, es macht so viel Spaß und ich denke, das werden wir sehen oder das werden die Zuschauer voran sehen auf der Bühne und wir freuen uns jetzt schon richtig. Starten Sie durch! In the 60s! Happy Landing! Das Musical! Wir wünschen Happy Landing! Erleben Sie die Musik von Jochen Frank Schmidt im neuen Feelgood Musical des Gloria Theaters. Happy Landing! Das Musical! Die Liebeskomödie mit Charm, Humor und Leidenschaft. Ab Herbst 2017 nur im Gloria Theater. Dächter. Dächter. Die Liebeskomödie mit Charm, Humor und Leidenschaft. Glocken Sie uns mit ins Abkommen. Los geht's! Dächter. Glocken Sie uns mitem Spring- thread. Die Liebeskomödie. Hier seht euch, die Liebeskomödie. Da ist es. Dächter. 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 Vielen Dank.